Hallo und herzlich willkommen zu den Intune Pilots, dem deutschen Kanal rund um Microsoft Endpoint Manager. Mein Name ist Andreas Zeissler und neben mir habe ich meinen lieben Kollegen, den Aaron Siller, sitzen. Servus, Aaron. Grüß dich, Andreas. Hi. Aaron, heute geht es um, who cares, Autopilot. Und im Speziellen, was machen wir heute? Nutzung verschiedener Autopilot-Profile. Ich bin schon ganz gespannt. Ganz genau. Die Nutzung verschiedener Autopilot-Profile. Ich erlebe es halt immer wieder, dass Unternehmen in ihrem Endpoint Manager mit nur einem Autopilot-Profil arbeiten. In manchen Fällen kann das auch gut sein und das kann auch passen. Oftmals kommen wir aber nur in die Situation, dass wir nicht ein Bild, quasi ein Image, ein Set an Kopulationen und Applikationen für alle Clients gleichwertig ausrollen wollen, sondern nach Standorten, Ländern, Abteilungen etc. entsprechend das Ganze anpassen. Das eine Team kriegt Software XY, das andere Software ABC. Und damit wir das bewerkstelligen können, über Autopilot nutzen wir verschiedene Autopilot-Profile. Und damit wir unterschiedliche Autopilot-Profile verwenden können, müssen wir mit der Hardware-ID arbeiten. Wie gehen wir da dran? Ich habe hier exemplarisch wieder eine VM mitgebracht. Dort habe ich meine Hardware-ID ausgelesen und mir die mal hier entsprechend als CSV-Datei in Excel geöffnet. Wir sehen, wir haben unsere Device-Serial-Number, die Windows-Product-ID und den Hardware-Hash und dies ist entsprechend hier für uns in der CSV nochmal zu sehen. Und allein nach dieser Hardware-ID könnte ich jetzt schon filtern. Ich könnte eine dynamische Gruppe setzen, die darauf arbeitet, zu sagen, zeige mir alle Geräte an, die eine Hardware-ID im System haben, bei uns im Intune. Das ist eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit, um entsprechend zu kategorisieren, wäre es, über die Order-ID zu gehen. Ich zeige mal, welche Wege wir haben, um diese Order-ID zu setzen. Wir haben einerseits die Möglichkeit, hier entsprechend innerhalb der CSV-Datei eine Order-ID als Variable festzulegen. Ich trage hier die Order-ID ein und würde entsprechend hier unten hinter dem Hardware-Hash wieder ein Komma setzen und dort mal den Wert.de für Deutschland einfach eintragen. Ja. So, dass ich im weiteren Verlauf hingehen kann und eine dynamische Gruppe erstelle, die nach diesem Hardware-Hash mit dieser Order-ID filtert. Jetzt gibt es mehrere Wege, wie ich da drangehen kann. Wir haben jetzt hier exemplarisch bei einem Gerät, bei vielleicht auch einigen wenigen Geräten, könnte man das manuell über die CSV-Datei machen. Wir haben allerdings auch die Möglichkeit, uns das durch den Distributor zukommen zu lassen. Okay. Der Distributor selber will zumeist bare Münze dafür haben, mal über eine Pauschale, mal pro Gerät und dass er das für uns entsprechend einpflegt. Was kostet das so in etwa? Was meinst du? Ja. Preise gesehen von 1 Euro pro Gerät über Pauschalpreise, wo wir dann teilweise von 15 Euro, teilweise auch von 50 Euro reden. Das richtet sich auch so ein bisschen nach der Menge entsprechend. Okay. Dann haben wir so eine Hardware-ID mit einer Order-ID angepasst und als nächstes kann ich wiederum hingehen und das bei uns innerhalb des Intunes hochladen, über Geräte registrieren, Windows-Geräte und dann habe ich hier meine Geräte entsprechend abgelegt. Und hier sehe ich schon, hier sind ein paar Geräte bereits hinterlegt und als nächstes gehe ich auf Importieren und wähle meine CSV-Datei aus und lade diese hier hoch. Der Import selber braucht etwas, aber ich möchte hier auch noch etwas anderes hier aufmerksam machen. Denn wir haben gesehen, ich kann es über die CSV-Datei machen. Wir können das uns über einen Distributor zukommen lassen, somit auch eine entsprechende Möglichkeit, das zu automatisieren, wenn wir es vielleicht selber machen wollen. Oder aber wir sehen hier, gibt es sogenannte Gruppentags. Was in der Hardware-ID die Order-ID darstellt, wird im Endpoint-Manager als das Gruppentag dargestellt. Und über die Auswahl eines Gerätes kann ich den Gruppentag hier auch nochmal separat definieren. Ist immer schön, wenn man eine durchgängige Bezeichnungspolicy hat, ne? Definitiv. Und habe jetzt hier quasi meinen Gruppentag, gehe einmal auf Speichern und dann wird mir das Ganze aktualisiert. Ich aktualisiere auch hier nochmal die Ansicht. Gut, da wurde es in der Regel... Braucht noch ein bisschen. Wir nutzen einfach mal die Zeit und erstellen schon mal unsere dynamischen Gruppen. Wir werden zwei erstellen, damit ihr, liebe Zuschauer, seht, wie kann ich eine dynamische Gruppe machen, die mir entsprechend alle Geräte mit einer Hardware-ID herausfiltert und eine entsprechend basierend auf meiner Order-ID. Dazu gehe ich hier unter Gruppen, neue Gruppe und wähle den Gruppentyp Sicherheit aus. Wir vergeben den wunderschönen Namen. Genau. Und als Mitgliedschaftstyp dann entsprechend dynamisches Gerät. Jetzt gehe ich hier auf dynamische Abfrage hinzufügen. Eine Zwischenfrage habe ich da kurz. Ja, gerne. Dynamische Mitgliedschaften bedarfen immer einer bestimmten Lizenzart. Diese Lizenz kommt normalerweise durch irgendeine Active Directory Premium Lizenz. Welche Lizenzen oder in welchen Lizenzen ist denn das alles beinhaltet, dass ich diese dynamische Mitgliedschaft für eine Gruppe in Azure AD definieren kann? Es geht los beim Business Premium, wo das Intu natürlich auch Bestandteil ist. Geht auch über eine Microsoft 365 E3 oder E5 Lizenz. Auch eine Enterprise Mobility und Security Suite im E3 und E5 Umfeld unterstützt das. Oder wir hätten auch die Möglichkeit, einen Azure AD Premium P1 separat zu lizenzieren. Darin haben wir die Möglichkeit, dynamische Gruppen zu setzen. Exemplarisch mit einer Business Standard Lizenz oder einer Business Basic würde es nicht gehen. Okay, danke. Gerne. Innerhalb dieser dynamischen Regeln können wir nach Eigenschaften filtern und diese dann mit entsprechenden Operatern, Equals, Contains und einem Wert befüllen. Das, was wir jetzt brauchen, wird uns hier so nicht angeboten. Deswegen gehe ich zunächst auf Bearbeiten und trage dort mal unsere Regeln ein, die wir benötigen. Dann haben wir hier eine Regelsyntax, die jetzt nach einer Device Physical ID filtert, die eine sogenannte ZTD-ID hat, sprich irgendeine Hardware-ID, die hinterlegt worden ist. Keine spezifische, die nicht an eine Order-ID oder so ein Gruppentech gebunden ist, sondern überhaupt besteht. Wenn ich damit zufrieden bin, gehe ich hier auf OK, wieder auf Speichern und auf Erstellen und diese Gruppe, da das jetzt dynamisch ist, durchläuft jetzt quasi mein Azure Active Directory, mein System und prüft nach, welche Geräte entsprechen diesem Filter. Jetzt wollen wir allerdings ja auch dediziert nach unserer ID suchen. Also erstelle ich noch eine zweite Gruppe. Du meinst, wir wollen jetzt eben nach unserer vorher mit angelegten Order-ID oder wie hieß die andere ID? Die Gruppentech. Die Gruppentech, genau. Dann nehme ich IntunePilots.de-Devices.de war ja unsere Order-ID, die wir gesetzt hatten. Gehe auf Dynamisches Gerät und erstelle eine dynamische Abfrage. Wieder auf Bearbeiten und nehme jetzt folgende Abfrage mit rein. Beweis Physical IDs Any Equals und hier kommt unsere Order-ID mit ins Spiel und jetzt suche ich nach DE. Entsprechend. Gehe auf OK und wieder auf Speichern und auf Erstellen. Öffne die Gruppe wieder und jetzt wird mir wieder mein Azure Active Directory durchsucht und er schaut entsprechend, welche Geräte entsprechen diesem Filterregel und landen in der Gruppe. Wir nutzen einmal kurz die Gelegenheit und schauen schon mal, ob er uns hier was hinterlegt hat und da sehen wir jetzt, also Cloud braucht ein bisschen teilweise und nach einer gewissen Zeit hat er uns jetzt hier auch den Gruppentech hinzugefügt. Schauen wir noch mal in unsere dynamischen Gruppen hier rein. Da sehen wir jetzt, da ist er im Evaluating in Progress Status. Schauen wir mal, wie es bei der anderen aussieht. Da hat er uns jetzt noch nichts eingetragen und mit ein bisschen Geduld einmal kurz Kaffee holen und dann wiederkommen, werden wir hier nach einer gewissen Zeit unsere Geräte sehen. Basierend entweder darauf, ob sie eine Hardware-ID haben oder dediziert nochmal eine Device-ID. Warten wir jetzt einfach mal kurz. Ja, so und nach einer kurzen Weile, gefühlt 15 Minuten, ist dann auch die Filterregel fertig. Bedeutet folgendes, schauen wir uns das mal an. Die IndianPilots.de Devices, sprich die Geräte, die uns hier angezeigt werden und mit dem Gruppentech.de markiert sind, sind nun Mitglied unserer dynamischen Gruppe. Wenn ich jetzt auf Mitglieder gehe, sehe ich auch entsprechend meine beiden Geräte, die hier Mitglied sind. Unter der anderen Gruppe, IndianPilots All Devices, wo wir nur nach der allgemeinen Hardware-ID gefiltert haben, habe ich sieben Geräte drin, mehr als bei der DE, sowie auch zu erwarten, da hier entsprechend alle unsere Geräte drin sind, die eine Hardware-ID im System haben. Und diese Gruppe jetzt hingegen, diese IndianPilot.de Devices oder auch All Devices können wir hingehen und unter Geräte, Geräte-Registrierung, Bereitstellungsprofile, zum Beispiel jetzt unserem IndianPilots Autopilot Profile zuordnen, indem ich hier unter den Zuweisungen Gruppe hinzufüge und sage IntunePilots.de Devices und überprüfen und speichern und fertig. Und auf diesem Wege habt ihr jetzt gesehen, wie wir drangehen können, um entsprechend mit dem Gruppenteck, beziehungsweise der Order-ID im System zu arbeiten, damit unsere Geräte zu kategorisieren und entsprechend auf diese Geräte unterschiedliche Autopilot Profile zuzuordnen. Super. Dann können wir das Profil jetzt direkt auf dein Gerät ausrollen und es zieht sich dementsprechend das für sich rausgezuchte Profil. Ich habe vorher noch ganz kurz gesehen, man kann dieses Profil auch direkt irgendwie in einem Gerät zuordnen, aber so mit einer dynamischen Gerätegruppe macht das natürlich im großen Rahmen viel, viel mehr Sinn. Ganz genau. Also im Sinne von, wir können natürlich Evaluierungsgruppen bilden oder wenn wir gerade in einem Proof of Concept sind, auf einzelne Geräte anwenden. Auch das geht natürlich, wir könnten auch in den Filterregeln sagen, wir geben gewisse Gerätenamen sogar vor, dass wir vielleicht am Ende wirklich nur fünf, sechs Geräte haben in so einer Gruppe. Aber gerade wenn wir in Produktivumgebungen sind, wo wir vielleicht von mehreren hunderttausend auch Geräten sprechen, dann lohnt es sich mit dem Gruppenteck und der dazugehörigen Hardware-ID zu arbeiten. Okay, Spitze. Dann wissen wir, wie wir die Profile zuordnen. Wieder, wieder viel, viel Content. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen erhellen können und ihr kommt ein Stück weit weiter bei eurem eigenen, bei eurer eigenen Instant vom Endpoint-Manager. Aaron, vielen, vielen Dank. Euch, danke fürs Zuschauen. Abonniert unseren Kanal und bis bald. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut, bis zum Nächsten. Ciao. 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 Ciao.